willkommen zurück zu let's play ww mit unseren paladin zwerg bürgrim h der name ist ihr wisst wir heißen bürgrim ep so wir sollten den ober verrückten töten hier den läuft darum den holen wir uns mal schnell dass wir hier schnell zu pod kommen ich habe uns mal in der einen instanz angemeldet aber ich glaube durch das neue addon wird das nächste da glaube ich gar keine lust zu festen ja ich war auch dabei mit meinen jäger tagari bisschen zu festen da sind wir an einen punkt gekommen da soll man ein paar aufgaben erledigen aber da hat mich die ganze zeit also mich hat einmal der der allianz getötet 120 hier kann ich nichts mit 114 anfangen kann ich nichts machen und da habe ich mich wiederbelebt hat er mich gleich wieder da naja dann lassen wir die aufnahme dann machen wir nachher weiter ich habe kein wenn er weg ist ja es klar ist mir auch angreifst kommen wir gehen raus dann ihr folgt uns sowieso alle jahre kommen bis hier vorne dann töten euch alle auf einmal wenn man ein bisschen größer als ihr die hammer kreiseln ja ich weiß auch hier was bisschen laut ist muss ich wollte den ton noch mal ein kleines bisschen unterstellen das können wir machen wir mal fliegen so dann gehen wir mal kurz oder einstellungen einstellungen sound so moment das ein bisschen lauter das müsste so passen das wollen wir gleich mal gucken beim nächsten kampf wie laut das ist aber erstmal werden wir schnell diese aufgabe abgeben und dann mal gucken wo wir als nächstes hingehen glaubt die kunden hier draußen abgeben genau ich bin ganz ohr sehr schön mögen eure reisen sicher sein ich danke dir mein freund so haben wir die aufgabe schon haben wenn wir uns meldet bei euch bei kundschaftler kommen dann melden wir uns bei den kundschaftler als erstes werden wir noch mal schnell hinfliegen falscher knopf so werden wir mal hinfliegen und dann wenn wir uns auf diese insel begeben ich weiß es gerade gar nicht wie die fraktion hier die alten seepferde so gucken wir mal erstmal zum kundschaftler da müssen wir glaube ich bisschen die horde angreifen so einen schönen zwerg so gucken wir mal guten tag so da ist er ja meldet euch bei kundschaftler so wisslich wisslich der sitzt bestimmt an dem turm herr wisslich was macht unsere anmeldung oh es fehlt nur noch ein dd ok dann mal gucken was wann der eine dd sich meldet guten tag da ist ja der herr wisslich seid gegrüßt so kunstschaft wisslich wisslich wop schönen Tag auch so die soll mal zerstören die kessel die pestkessel die die hier genau die soll mal zerstören uh ein bisschen erz ein bisschen erz es bringt bestimmt ep 2000 ich muss näher ran näher wie nah musst du denn noch ran zack ersten zerstört na komm die greifen uns sowieso an dann zack wir haben die beiden verlassen nochmal schnell töten ich brauche ein ziel so ich habe kein ziel ja ich weiß dass du kein ziel hast und zack und der nächste ist da so oh jetzt greifen uns aber auch alle an hier ne zack zack die nehmen wir gleich an da kommen wir mal so an oh an die bc instanz wo sind wir ach die kennen wir leider schon ist egal machen wir so schnell dann machen wir so schnell dann machen wir so schnell trotzdem ich dachte wir kommen wir in eine andere hier rein aber war anscheinend nicht so war anscheinend nicht so zack ich finde den sound immer noch ein bisschen laut interface sound mal gucken ich glaube das ist jetzt schon wieder ein bisschen besser aber ich weiß noch nicht ganz so interface machen wir mal auf fünf das müsste eigentlich passen so zack 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 ein problem für uns die bande hier 1 dann schon weiterlaufen oder nicht laufen halt noch nicht weiter jetzt können wir weiterlaufen so na komm her hier so na schade ich dachte wir kommen vielleicht in eine andere instanz aber ich wollte soll ich jetzt auch nicht ausschneiden wir machen das einfach so wir gehen wir nächstes mal doch wieder hin in einer instanz von nordend ist aber nicht schlimm so guten tag und da kommt mal zu unserer runde dazu das finde ich nett von euch du musst nichts anvisieren ich brauche ein ziel so ich muss mal so ich muss doch gleich der bus da hinten um die ecke kommen wir sind gestern wir sind gestern so haben wir haben wir sehr schön so was war das denn das war jetzt fehl von mir das war jetzt ganz schlechter kanal auch nichts mehr ändern das wollte ich jetzt gar nicht ja ich komme schon das war was soll das denn ich habe dir noch angeklärt war der doch weg Mann oh man 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 das hat ja noch nie dass ich wie konnte ich denn alle in umkreis mit einem hammerwurf pullen das geht ja gar nicht okay okay ja ja okay das war nicht mit absicht dass jetzt alle gestorben sind und ihr habt live gesehen ihr habt live gesehen ich habe doch noch den idioten geholt hier den holi auch noch dazu so jetzt habe ich die beiden dann war der eine so nah dran dass der boss und die gruppen herum alles gepult hat okay jetzt wollen wir uns den boss und dann haben wir den erledigt so zack boss pull gleich 321 so alles alles auf uns sehr schön dann war den mal die heil nicht mann 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 das war jetzt echt schlechter das hat uns aufgehalten wir wären schon wir wären schon viel weiter menschen macht dann macht dann solche geräusche beim verrecken hammer kreiseln lassen so der ist gestand können wir weiter laufen so ach das regt mich aber auf aber richtig noch es ist mir noch echt noch nie passiert so gut ich habe schon oft mal viel gepult aber so und weiter geht's ab 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 und tag ich bin der neue der euch alle erledigen wird so sind wir ja schon fast durch haben noch zwei worte vor uns da habe ich die nicht ins visier bekommen so haben wir uns die erst mal hier rein unsere launchige hütte ich bin unser heiler geschlagen glaube ich nicht hier von denen hier habe ich gar nicht gesehen übersehen dann können wir euch holen so zack so zack haben wir auch sehr schön weiter geht's wo läufst du denn hin ich habe kein so zum reichen heute man euch hinterher hier kommt er ich ziehe einfach mal mit so haben wir euch zusammen so zack wo die folge hat man wie ein bisschen überlänge ein bisschen gas geben sagt klar wagen wir das alter hässlicher dämon ist doch gar keine chance gegen uns so wagen wir gerade verkriegt das wollte ich gar nicht was schießt er uns denn hier so rum nur weil wir ein zwerg sind und das auch gleich besiegt 18 prozent hat er noch das geht relativ schnell die können wir gar nichts dann ist es auch nicht so weil wir noch dein chef vor uns haben den wir noch schnell besiegen werden auf dem laufen haben wir jetzt noch 222 pack zwei kleine grüppchen glaube ich auch zwei mann und dann haben wir die instanz geschafft und dann sehen wir uns schon fast wieder in der nächsten folge in der nächsten woche so zack haben wir so und zack euch nehmen wir mal mit folgt papa mal so und dann so und dann so und dann ja komm her ja komm her hier so schade das alles umsonst war schon bald werden sich eure völker meinem lord beugen nein es wird sich gar keiner beugen nein wird er nicht wir werden das schaffen so kann er ist auch gleich besiegt na san er sieht echt nicht schön aus finde ich er sieht nicht schön aus so da haben wir die instanz abgeschlossen jetzt zu level 60 und raus so werden wir bestimmt gleich angegriffen sag ich doch hier werden wir jetzt noch mal schnell umhauen hier so dann werden wir das ding mal in brand setzen dann können wir aufmountain und ich sage euch danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play ww mit unserem paladin auf wiedersehen und tschüss 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 tschüss